Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar, ich habe vor einen The Binding of Isaac Rebirth Stream zu machen, wo ich halt The Real Platinum God erspielen will. Ob ich das schaffe, ist eine andere Sache. Aber schreibt in die Kommentare, ob ihr sagt so, ja, unbedingt wollen wir haben oder nee, lieber nicht, lass mal. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ich denn keine Lust mehr habe, weiß ich nicht, nach drei Stunden oder so, wie viel ich mache, kann man ja immer noch was anderes machen. Aber mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn es euch gefällt. Das war es auch schon wieder, sollte ja nur ein kleines Video sein, so Ankündigungen, das Datum mache ich dann halt aus, wenn ihr sagt, ja, auf jeden Fall geht los. Gut, aber das war es dann halt. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.